Meine Ausbildung ist, ich komme über einen zweiten Bildungsweg, ganz normal als Elektriker angefangen und dann Studium der Energietechnik und der erneuerbaren Energien, habe dann promoviert im Bereich der Lichtbogenphysik und Abrand von dreiphasigen Schaltkontakten. Das war dann sozusagen mein Bewerbungsschreiben für die Siemens AG, wo ich dann gearbeitet habe in der Entwicklung von elektrischen Schalt- und Schutzgeräten. Dort habe ich dann sehr schnell Projektleitungen übernommen, international, Verlagerung aus den USA nach Indien und China, worauf ich dann in China ein Entwicklungszentrum für 20 Millionen Euro auf der grünen Wiese erstellt habe mit Hochstromlaboren, mit Hochspannungsanschluss und Umweltlaboren. Im Anschluss daran bin ich zurückgekommen nach Deutschland und habe dann dort einen Bereich übernommen, eine Subsegmentleitung für das Thema der ACBs und der Sicherung. Und im Anschluss daran bin ich dann weitergegangen in die Schweiz, um dann dort das ganze Thema Wärme aufzubereiten. Das Thema erneuerbare Energien zog sich durch die ganze Zeit meiner Siemens-Karriere und auch schon durchs Studium. Und im Anschluss an die Stromseite und die Wärmeseite habe ich jetzt eine neue Herausforderung gesucht und habe die gefunden beim Energiecluster. Mein erster Eindruck vom Energiecluster ist, dass es ein sehr innovativer Verein ist. Er hat vier starke Säulen mit der Technologievermittlung, dem Wissenstransfer, dem Export und der Kommunikation. Und dort wurde in der Vergangenheit wirklich tolle Arbeit geleistet in Bezug auf Minergie, in Bezug auf Plusenergie. Und ich werde jetzt eine zusätzliche Thematik reinbringen. Das ist das ganze Thema der erneuerbaren Energien. Hier speziell die Energieerzeugung, Verteilung, Speicherung und dann auch die Energienutzung. Die nächsten kurzfristigen Zielsetzungen werden erstmal den Energiecluster wieder mehr in Fokus zu bringen und mehr in den Bereich der Öffentlichkeit zu bringen, um wieder den Energiecluster das Ansehen zu verschaffen, was es hat. Meine wichtigsten energiepolitischen Vorstellungen sind für mich die 2000-Watt-Gesellschaft. Und je früher wir diese 2000-Watt-Gesellschaft erreichen können, desto besser. Technisch ist es möglich, wirtschaftlich ist es auch möglich, politisch ist es gewollt. Jetzt muss man nur zusehen, dass man da die richtigen Leute an den richtigen Tisch bekommt, um das dort umzusetzen. Energieeffizienz bedeutet für mich viel. Allerdings ist dieses Wort sehr viel missbraucht worden mittlerweile. Energieeffizienz ist ganz klar mit dem geringsten Energieaufwand, den maximalsten Ertrag zu haben, aber ohne exorbitante Kosten. Erneuerbare Energien heißt für mich Photovoltaik, Wind, Kleinstkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungen, Wasserkraft heißt Speicherung und in verschiedensten Formen heißt auch Umwandlungen in verschiedensten Medien. Power to Gas zum Beispiel. Das heißt aber auch Erdsonden, Geothermie und auch chemische Energie. Die Schweiz hat sehr viele innovative, tolle Unternehmen. Die Schweiz hat den Riesenvorteil, dass sie im Herzen von Europa sitzt. Das heißt, nichts geht an der Schweiz vorbei. Von Norden, Süden, Osten, Westen, jeder Strombereich muss sozusagen durch die Schweiz. Und damit hat die Schweiz eine Riesenmöglichkeit und eine Chance, die sie nutzen muss.